Wenn man mich fragt, was die Vision von Blinkit ist, würde ich sagen, es geht darum, Fähigkeiten auszubilden und das so einfach wie möglich. Und du kennst das vielleicht, wenn du schon mal etwas dir wirklich aneignen wolltest. Der beste Weg heutzutage, wirklich etwas umzusetzen, ist genauso wie früher, üben, üben und üben. Ich muss etwas immer wieder anwenden, dass ich es wirklich auch kann. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese oder auf ein Seminar gehe und jetzt theoretisch weiß, wie ich zum Beispiel verkaufe, wie ich jetzt einen Artikel schreibe, wie ich vielleicht irgendetwas Großartiges machen kann, dann ist das erstmal nur in meinem Kopf. Damit das aus meinem Kopf dann auch wirklich in der Anwendung kommt, ich es also quasi ausübe und es dann als Fähigkeit wirklich implementiere, dafür übe ich es jeden Tag. Und genau das ist die Ausprägung jetzt in Verbindung mit dieser Vision, was wir von Blinkit anstreben. Wir machen eine Plattform, mit der ich sehr einfach knackige Inhalte verschicken kann an die Teilnehmer oder als Teilnehmer eher Inhalte bekommen kann von meinem Trainer, um eben am Arbeitsplatz, zu Hause, in meinem Hobby zu üben, anzuwenden und so genau diese Fähigkeit auszubilden. Das ist der Kern.